Hallo liebe Modellbahnfreunde und Kunden von Modellbahn Schumlippe. Willkommen zu einer weiteren Neuheitenvorstellung. Wir sind immer noch auf der Modellbaumesse in Friedrichshafen und sind am Stand von ESU bei Herrn Lindner, der auch einige interessante Neuheiten dabei hat, über die wir heute sprechen werden. Hallo Lindner. Hallo, guten Tag. Wir fangen an mit der V160-Serie. Da sind drei weitere Lackierungsvarianten auf den Markt gekommen. Jetzt eine schöne haben Sie schon in der Hand. Was können Sie uns heute zeigen? Genau, wir haben unsere erfolgreiche V160-Familie um drei weitere Mitglieder ergänzt. Die V160 ist ja fast schon eine Kult-Lok mittlerweile und auch unser erstes ESU-Modell und wir dürfen jetzt heute auf der Messe erstmalig drei Neuheiten vorstellen, die wir eben dazu gebraucht haben. Einmal eine neue V160, also die kurze Variante der V160, eine Privatbahn Wiebe, die sich sehr gut von einem Bauzug natürlich macht, logischerweise als Wiebe-Lok. Das Besondere an der Lok ist eine komplett andere Aufbau vom Dach und Anordnung des Rauchgenerators und im Vorbild hat die einen Caterpillar-Motor erhalten und so haben wir eben auch den passenden Sound in die Lok reingepackt. Das heißt, die klingt ganz anders als die anderen V160-Loks, die wir bisher gemacht haben. Sie haben aber nicht nur die Wiebe-Variante, sondern noch zwei Privatbahn-Lokomotiven vorgestellt. Welche haben wir noch hier am Stand? Genau, wir können ja mal kurz drauf zeigen. Wir haben einmal eine 218, also die lange Serie. Das ist die Brothal-Bahn, die hat noch den ursprünglichen TB-Motor drin. Die passt auch sehr gut ins Sammelgebiet für Brothal-Bahnen, weil wir auch schon die V60 und V200 entsprechend angeboten haben. Und was wir auch noch gemacht haben, ist die Pressnitz-Teilbahn, die blaue, die auch bundesweit heute im Einsatz ist. Die hat natürlich auch eine etwas andere Anordnung des Dachs und der Assembly und als Besonderheit einen MTU R4000-Motor. Also auch die klingt normal ganz anders als die anderen 218er. Und dabei haben wir in jeder Lok ein spezifisches Soundprojekt und alles ist aufeinander abgestimmt. Und ich nehme auch an, die ES-Lokomotiven haben wie immer reichlich Funktionen an Bord, über die sich die Kunden freuen können. Genau, also alle V160-Loks haben natürlich, erstmal sind sie komplett aus Metall, dann sind sie AC und DC fähig. Das heißt, durch Abziehen des Schleifers unten kann man dann die Lok auf Zweileiter oder auch auf Dreileiter fahren. Sie hat einen Loksant 5-Decoder drin, der natürlich alle Protokolle fährt und damit auf jede Zentrale einsatzfähig ist. Und klar, das komplette Lichtpaket, Powerpack, Kurvensensor, Bremslichtflacken, Rauchgenerator. Vollausstattung. Vollausstattung, wie sie es von uns gewöhnt sind. Wunderbar, so wollen wir das haben. Jetzt kommen wir zur nächsten Neuheit, eine Formneuheit. Ich würde sagen, die Lokomotive gehört auf Schweizer Modell bei Anlagen wie die Löcher an den Schweizer Käse. Es ist eine AE66. Genau, eine Kult-Lok, eine Gotthard-Lok. Unser erstes ESO-Modell, was wir vollständig selber in eigenen Regie bauten, nach einem nicht-deutschen Vorbild, so muss man es ja sagen, also Schweizer Vorbild. Ich finde, unsere Fans haben uns schon lange gefragt, ob wir nicht auch mal was machen könnten für ihre Bahnverwaltungen, insbesondere auch für die Schweizer. Und was lag da näher als die AE66 sich zunehmen. Und ja, das Ergebnis ist sicherlich auch in meinen Augen sehr gut gelungen. Ich kann sie ja mal schnell zeigen. Die AE66 ist eine relativ große Lok, weil sie ja früher auf der Gotthardstrecke im Einsatz war und also auch eine sehr starke Lok, die nach dem Zweiten Weltkrieg eben entwickelt und ausgeliefert wurde. Sie hat eine sehr lange Einsatzzeit von den 50ern bis in die 90er Jahre oder in die 2000er Jahre ist sie noch als SBB Cargo eben in Betrieb gewesen. Das heißt, man kann die auf fast allen Eisenbahnanlagen der Schweizer Vorbild gut verwenden. Unser ESO-Modell ist vollständig aus Metall gefertigt. Das heißt natürlich, das Chassis logischerweise als auch der Aufbau sind aus Zinkdruckguss. Wir haben einen vollständigen Durchblick durch einen Maschinenraum realisiert. Das gab es so auch noch nie. Das gelang uns deswegen, weil wir einen relativ kleinen Glockenankermotor mit 12 x 20 mm eben verwenden, der ziemlich tief sitzt, sodass wir den kompletten Durchblick ermöglichen konnten. Und wir haben natürlich den Innenraum auch entsprechend eingerichtet, damit man auch was sieht. Wahrscheinlich auch mit Beleuchtung bestückt, damit man wunderbar reingucken kann. Ganz genau. Natürlich haben wir auch entsprechende Führer, also eine Maschinenraumbeleuchtung, damit man die Details auch sehen kann. Vom Technikpaket her ist erstmal die komplette Beleuchtung zu erwähnen mit dem Schweizer Lichtwechsel. Also drei Weiße plus ein Weißes, aber auch drei Weiße von zwei Rote hinten oder drei Weiße von ein Rotes hinten. Wir haben das Fahrberechtigungssignal, was es so nur in der Schweiz gibt, meines Wissens. Also zwei Weiße und ein Rotes und ein Notsignal drei Rot kann man auch zeigen. Was natürlich Standard ist bei jeder ESO-E-Lok ist ein Pantograph, der servogesteuert, heb- und senkbar ist. Und zwar beide getrennt natürlich voneinander. Auch das ist uns eigentlich so gelungen, dass wir das komplett verstecken im nicht sichtbaren Bereich. Wir haben trotzdem auch einen komplett eingerichteten Führerstand mit Führerpult und Führerstandbeleuchtung. Wir haben unser Bremslichtflag und LED wieder mit drin. Wir haben auch einen Kurvensensor mit verpowert und natürlich einen Powerpack, also einen Energiespeicher für Dreckstellen. Und auch die Lok hat natürlich einen Doppellautsprecher mit Lok Sound 5-Decoder und diesen Steckschleifer, so dass die Lok für AC, also 3-Leiter- und 2-Leiter-Kleise einsetzbar ist. Und diese Lok gibt es auch in zwei Ausführungen bzw. zwei Epochen. Jetzt haben wir das modernere Modell hier vor uns. Welche Lokomotive kommen noch? Also genau, zunächst kommt erstmal die Epoche 5, so wie sie zuletzt eben auf den Bahnen rumfuhr. Und dann gibt es eben auch noch eine Epoche 4-Variante, eine sogenannte Städtelok, in dem Fall die Lausanne. Die sind grün mit relativ wenig Chrom, auch in der entsprechenden Epoche relativ lange zum Einsatz gekommen. Mit diesen beiden Varianten fangen wir jetzt mal an. Die werden ab Mitte November auch schon ausgeliefert, also sehr zeitnah, wie es von uns auch gewohnt sind. Und natürlich werden wir versuchen, weitere Varianten auf den Markt zu bringen. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie die Lok jetzt ankommt beim Publikum. Der Hinweis an unsere co-identiven Lok ist natürlich auch ab sofort bei uns im Shop bestellbar, deswegen nicht lange zögern. Ruhig, sichern Sie sich eins dieser wunderschönen Modelle. Dann danke Ihnen für das kurz so knackige Interview. Wie immer wünsche mir noch gute Beschäftigte und viel Spaß auf der Messe. Vielen Dank und auch vielen Dank fürs Zusehen. Dann wünsche mir viel Spaß mit dem schönsten Hobby der Welt, der Modelleisenbahn.